Dick Johnson! Dick Johnson, Clint. Clint. Clint Clint. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie! Hey zusammen! Wir kommen zurück zu Fans Battle. Wollen wir uns die Positionen sichern auf dem Berg oben? Wieder zu der Holzwand. Dem Sparik, dem Lofty Potato und dem Döldi. Dann sind die wirklich alle... Hallo, Oprah. Dem Dödo. Ich kann nicht mehr rennen, wartet mal. Warum kannst du nicht mehr rennen? Warum sind da Holzblöcke? Hat einer von euch die Holzblöcke dahin gesetzt? Nein, das haben Doms und Yannick davor schon gemacht. Oh mein Gott! Oh, hier ist ne Schlucht und da ist grad ein Schwein runtergesprungen. Und ein Schaf. Wir müssen uns jetzt schnell da oben auf diese Position begeben. Weil sie werden zurückkommen auf jeden Fall. Da bin ich mir irgendwie sicher. Da gibt's hier Sonnenblumen. Ich weiß nicht wieso, aber ich glaube sie könnten sich jetzt auf den Weg hier hin machen. Du hörst dich an wie Ben Lachser, Alter. Äh, willkommen zurück, meine Freunde. Übrigens Leute... Ich wusste gar nicht, dass Taddeln mitmachen. Übrigens schön mit Öl, ne, meine Damen und Herren. Ich bin jetzt übrigens schon fast oben auf dem Bärchen. Küsschen aufs Nüsschen, aber nicht sagen. Oder warte, 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 einer von euch versteckt sich bitte unten. Kann sich einer von euch unten verstecken? Leute, 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 Leute. Was, was? Was, was? Wir haben meinen letzten Part nicht gemacht. Doch, wir sagen das andauernd, du Wichser. Ja. Also ich bin oben. Ja, er hat sich einfach primitiv hochgebaut. Oh. Soll ich Tag machen? Klar. Boah. Deine Mutter macht Tag. Nee. Okay, gut. Also wir sind jetzt hier oben bei unserer Wand. Und versuchen sie in die Schlucht zu schießen. Das wäre witzig. Das wäre ernsthaft geil. Ich bin's, gell? Nicht das jetzt hier. Wir könnten aber auch von hinten kommen, ne? Sollen wir uns hier irgendwie von hinten so eine Mauer bauen? Warte, warte. Ich weiß, was uns beschützen wird. Nein, stopp, stopp, hör auf zu bauen. Das wird uns beschützen. Junge. Ich denke, weißt du, ich wette irgendwie, sie werden drüben auf den Berg gehen. Da wette ich drauf. Ich bin bei der Holzwand. Ich halt ausschau. Baut ihr mal weiter. Warte, hier. Ich hab keinen Stein. Hier habt ihr. Doch, da, da. Ich hab 16 Steine. Ich hab doch welche. Ich hab gedacht, ich hätte keine mehr. So. Oh. Wer einfach mal Schaden kriegt. Jetzt ist es mein Schwanz. Deswegen sind meine Eier. Schwanz ist Longus, ne? Oh ja. Das Gute ist einfach, dass wir diesmal keinen Essen, keinen Essensmangel haben. Also ich hab zwei Steaks nur noch. Aber ja, ich hab noch, ich hab acht Steaks, zehn und zehn Perkchops noch. Das müsste ja passen. Kannst du mal, hallo? Toilet? Ja, hi. Hallo. Komm ich hier, hier oben. Was macht der Paul? Da braucht der dich eine. Ja, ich hab ihn ausgeschlossen. Den Homo. Lass mal hier so, ich muss mal ab und zu so einzelne, einzelne Blöcke auslassen. Das Kugloch, oder was? Ja. Habt ihr noch nie Counter-Strike gespielt, oder so? Habt ihr noch nie Glory Hall gesehen? Loll, du kannst die auch mit Linksklick abbauen, wenn du die Waffe in der Hand hast. Dann zoomst du und machst die ganze Zeit wieder raus. Aber der macht ihn doch nicht verrückt. Doch. Okay. Warte, siehst du hier? Oh, lasst du. Nächster funktioniert nicht. Hab ich doch gesagt. Sorry, bei mir, ich dachte das... Ich krieg so ne Bazooka in die Fresse, ne? Wie kommst du darauf? Aber nicht von unseren Gegnern. Vielleicht kann ich nicht nur darauf kommen könntest. Mit links zoomt mal, gell? Jo. Aber hier ist eigentlich voll die gute Position, wir sind ziemlich überlegen, find ich. Oder hinten ist ein Skelett, knallen wir's ab. Knallen wir's? Knallen wir's? Immer wenn ich so konzentriert bin, kommt so ein Spruch. Ja, Dick Johnson kann klit. Ihr müsst euch das Video echt mal geben, ich liebe das. Das geht aber mal weiter, Dick Pussy, oder was hast du immer gesagt? Ne, Dick Johnson kann klit. Penis, Penis, Fotze, Fotze. Julians Blog Video. Ähm, falls ihr mich sucht, ich bin Richtung... Wir sind am Wasser, ja. Wir sind am Wasser? Ich geh Richtung, ich geh Richtung Skelett. Aber die sind am Wasser, das heißt die sind da so. Wasser? Moment, ich geh zu den Skeletten. Ah, er hat Wasser, Base und... Er hat Base und Wasser zusammengefügt. Wir sind am Wasser. Ah. Ah. Upsala. War die hier drüben, wo ich jetzt bin? Hier, ich bin hier rüber gelaufen. Ja, wo... Wo ist er denn jetzt her? Ja, ich hab irgendwo da so, war die. Was zum Fick machst du da hinten alleine? Ich hab hier oben Auskoch gemacht, ihr hohe Maus. Habt ihr einen Todeswunsch oder so? Ja, dein Kumpel, der hat einen Todeswunsch. Hat ein Pfeil im Gesicht und läuft einfach alle... Was machst du da? Marcel! Komm zurück! Wahnsinn! Dann muss ich dem jetzt auch noch hinterherlaufen. Marcel, ich schieß auf dich. Nicht. Hallo. Die sind hier nicht. Hier ist niemand. Seht dich aus. Die sind vielleicht... Ich weiß nicht genau, wo in eurer Base war, aber... Ja, ich hab da auch keinen Bypoint, ne? Nimm ihn. Nimm ihn. Los. Was machen sie da? Ich guck ihnen zu. Ja, aber da war das. Genau da war das. Rechts von uns oder unter uns? Genau da, wo du gerade hinguckst. Da hinten bei diesen komischen Inseln da. Vielleicht sind sie hinter dem Berg. Vielleicht sind sie hinter dem Berg. Oder vielleicht ist er unter uns. Wir haben ja den Aufstieg links neben euch. Und ihr habt unseren Aufstieg. Aufstieg. Sollen wir den jetzt hinterher? Oder warten wir hier? Naja, das Ding ist, wenn wir jetzt wieder weglaufen, dann laufen wir wieder vor dem weg. Wie eben. Ja. Naja, hier kommt sicherlich nicht. Ich hab das Gefühl, Doms überrascht uns gleich hier. Ihr sollt kommen. Ja, natürlich. Wo bist du denn? Achso. Lass mich doch hin, ihr allein. Ich komm zurück. Da kommen zwei Leute auf eurer Base zu. Nein Spaß, das seid ihr. Hä? Ich hab nur das scheiß Namensschild gesehen. Kommst du rein? Wo bist du? Ich bin hier. No, nö. No, vielleicht. Ja, vielleicht. Nein. Ja, du musst ihn verwirren. Du musst. Du musst. Du musst. Pro Woche. Lassst du irgendwie doch noch dein Berg schauen. Der Berg. Jetzt wird's Tag. Hohl vorkommen. Der Berg. Der Berg mit der Fahne. So, nun? Jetzt scheißts warten. Könnt einer von euch bitte nach links von mir aus gucken? Also wenn du Richtung Osten guckst, nach links gucken. Jetzt scheißts warten. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ach, ihr Humus. Also wir sind. Wir sind alright. Ihr Humus. Humusapien. Wo ist der Hur? Der Hur. Der Uhr. Der Uhrenmann. Humus ist geil. Oh. Sorry. Ich bin immer an Shooter gewöhnt. Alex, guck mich nicht so an mit der Waffe. Wenn ich eine Möse angucken darf, dann bin ich das. Wenn du eine Möse angucken darf, dann bin ich das. Hä? Was macht das denn Sinn? Was sind das für Folgen, Mann? Was sind das für Folgen, Mann? Das sind die besten Folgen, die du natürlich hier hatten. Mit uns? Vielleicht sollten wir immer zu viert aufnehmen. Alter, du haust ja richtig raus jetzt. Guck mal hier. Wir machen sogar unauffällig eine Workbench dahin. Wow. Was? Warum? Und warte, 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 warte. Totem! Weißt du was? Er fällt ja erstmal, klatscht so richtig hin. Sind das echt die unterhaltsamsten Folgen mit uns? Ja? Das würde mich voll freuen. Fotze. Fotze, Fotze. Fotze, Fotze. Da hab ich noch. Er macht jetzt echt nen Turm. Wir bewegen. Es ist das erste Mal, dass es echt schlimm ist, was er sagt. Ihr müsst auch ein bisschen aufpassen. Ich hab kein Essen mehr, Leute. Ich hab bloß nur noch Rotten. Ja, dann iss das erstmal. Hast du etwa kein... ...goldenen Apfel? Pixen. Bienes, Bienes, Fotze, Fotze. Klien, Fotze. Dich, Johnson, Klit, Kunt. Kunt, Klit. PSV, das war alles. Ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie, ich hab sie. Sie sind hinten auf dem offenen Feld. Sie gucken hier rüber. Sie haben uns gesehen. Ah, da, ja. Ich seh sie. Okay. Lasset die Spiele beginnen. Alter. Hau dir doch mal das Zielfernrohr rauf. Kann ich nicht. Ich glaub, der hat da nen Sniper? Ja, der hat nen Sniper. Okay, geht in Deckung. Warte, ich mach das Schauloch hier zu. Pienes, Pienes, Fotze, Fotze. Warte mal. Hat der gerade mit dem Panzerfaust nicht hingeschossen? Das ist Janik, der da was am Anfang hat. Okay, man bis dahin kann man gucken. Er zielt übrigens die ganze Zeit auf uns. Also er kann... Warte mal. Wir machen das anders. Warte. Oh, ich hab noch ein schönes Schild für Domse gemacht. Ach man, ich wollte hier Lava hinsetzen, aber hier ist überall nur Holz. Domse stinkt. Ich würd gern nochmal wiederholen. Ähm, alles was wir über diese Filter schreiben, ist Spaß. Das ist nicht unser Ernst. Außer Dickson. Sie stehen beide da und zielen hier hoch. Sie stehen beide da und zielen hier hoch. Ich hab alles was... Machen Sniper One-Shots? Nein. Der Domse, Alter, der Brotkasten, wie der da guckt, ey. Warte, ich mach... Ich hab nen Plan. Ja, Alter, mach den Lama-Eimer. Den Lava einmal weg. Er rennt in seinen Tod. Was hör ich hier? Lava? Ja, das hat Ding gemacht. Ja, ne, kippt irgendwas in der Hand. Ein Eifer, so wie's aussieht. Hier läuft Lava jetzt den Berg runter. Wir machen's dem ein bisschen schwerer. Wo sind die eigentlich? Kennt ihr noch diese... Wie hieß es nochmal früher? Die sind doch da. Wie sind die? Ich will da nicht drüber gucken. Ich hab Angst, dass die mich abknallen. Nein. Alex, auf. Ja, okay. Ich nehm den Lava einmal weg. Das wäre dumm und dämlich. Das wäre dumm und dämlich. Du hast geil gewesen, wenn er dämlich mit Hauge stehen hätte. Bist du was richtig krass, man? Leute, ich hab's grad geschrieben. Leute, könnt ihr mich reinlassen? Hallo? Hallo? Hey. Warte, was habt ihr mittlerweile alles hier hingestellt? So, Leute. Wir lassen euch runtergehen jetzt. Ja. Lasst doch links über den Berg gehen. Wir werden hier oben so schön ausgebaut. Leute, Leute, Leute. Lasst doch links über den Berg gehen. Ich wollte eh schon sagen, dass wir jetzt hinten runter gehen und dann von der Seite kommen. Und sie flankieren. Nein, nein, nein. Ich tu jetzt, als ob ich wieder zurück in die Base gehe. Und dann grabe ich mich hinten raus. Äh, die kommen. Ja? Jo, so wie es aussieht, sind sie doch drauf reingefallen. Yannick hat ne Sniper in der Hand. Domsa hat ne Schwert in der Hand. Beide haben ein Schwert. Lass hinten raus bauen. Lass hinten raus sneaken. Dann denken sie, sie wären hier oben. Wir wären noch hier oben. Alle ignorieren mich. Hab ich diskoniert? Hallo? Okay, komm. Ich bereite hier darauf alles vor. Ich beobachte sie noch ein bisschen. Gucken sie sich irgendwelche an. Sag uns bitte mal den ständigen Status. Ist das dein Ernst, dass du Schneebellen mitnimmst? Laufen gerade nach Osten. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Sind jetzt hinterm Berg. Ich seh sie nicht mehr. Die gehen wahrscheinlich hier vorne auf den Berg hoch. Okay. Die haben Sniper. Die haben einen Vorteil. Soll ich Sand holen? Ja, die haben einen Vorteil. Soll ich Sand holen? Hast du keine Munition mehr? Oh, okay. Gut. Ich hab einen Schießpulver noch. Für einen Schießpulver kannst du da Munition machen? Kannst du nur MP-44 Munition machen. Ich kann ja mit K-98 Munition machen. Ich brauch drei Dinger. Ja, aber die gehen hier vorne auf den Berg hoch, schätze ich mal. Jo, die sind da oben. Die sind oben auf dem Berg. Die sind oben auf dem Berg. Okay, okay, okay. Okay, und du? Und die haben einen Sniper. Warte, hier. Hallo. Die Gunpowder ist hier, ne? Liegt hier. Sparage oder Duolid. Wo denn? Hinter dir. Oh, Duolid. Habt ihr noch drei Eisen? Geh nicht hoch. Ah, schöner Treffer. Hab ich ihn getroffen? Drei Eisen? Du hast ihn getroffen. Drei Eisen? Ich hab ihn getroffen, lol. Drei Eisen. Ich hab zwei Eisen. Grab dich sonst runter in den Berg. Was hab ich? Drei, äh, ein Eisen? Ich hab gar nichts. Ich hab gar nichts. Warum hab ich Leder? Also Tobra? Ne, ich hab... Ähm, die schießen auf uns. Ich hab ihn schon wieder getroffen. 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 Er hat mich getroffen. Wichser. Wie viel Schaden? Ich hab ein Herz bekommen. Okay, ja gut, dann geht's. Ich ess mal schnell was. Kein Plan, wo die sind. Ja, mit meiner Waffe bringt's ja nichts zu schießen. Ich schieß doch mit der gleichen wie du und treff die. Echt? Achso, ich hab jetzt auch noch ne Sniper oder so gemacht. Dauglich zu viel schießen. Okay, wenn du rauszoomst, dann ist die wirklich extrem. Wir verziehen die extrem. Soll ich mir so nen unterirdischen Tunnel bauen? Fuck, man. Ich weiß jetzt nicht, wer ihn getroffen hat, aber irgendjemand hat einen noch getroffen. Ich hab getroffen. Ah, okay. Alles klar. Selbst die Sniper, die sie haben, bringen nichts wirklich. Aber du hast keine Munition mehr, Dully, sonst hätte ich jetzt echt Sand geholt schnell. Ja, geil. Ich mache einfach gar nichts. Ich würde am liebsten mit der Panzerfaust schießen, aber da die zu weit weg sind, mache ich's nicht. Das wäre richtig wasted. Weil ich hab keine hundertprozentige Trefferchance. Ja. Ich hasse solche Skirm, ey. Das ist so der Scheiß. Ich brauche mir irgendwas zu essen. Ist hier hinten vielleicht was? Ja, hier, warte, warte, hier. Bleib stehen. Hast du'n? Ja, reicht, reicht. Pfff, juh. Gut, hab ich gesagt. Campman gesagt. Wundert euch nicht, ich bin hinten raus, ne? Jo. Ich versuch die... Guckt... Könnt ihr mir sagen, wenn die in meine Richtung gucken, ob sie vielleicht ne Andeutung machen, dass sie mich gesehen haben? Wo bist du? Das ist hinten raus. Ach, das ist hinten raus. Oder? Die zählen zurzeit noch auf uns. Ich glaube, Yannick hatte ich gesehen. Da haben sie getroffen. Ich schieß mal nicht gerade. Ich glaub, die sehen mich nicht. Zurzeit haben sie sowieso aussehen noch nicht gesehen. Außer Yannick. Yannick hat vielleicht mal kurz in deine Richtung geguckt, aber das war das. Aber ich hab gesneakt eben. Ich war eben hinter nem Dingens. Wie sieht's aus? Gucken sie hinter sich? Die gucken noch zu mir. Ja, jetzt guckt er zu mir. Jetzt hat er grad voll zu mir geguckt. Okay. Wir trotzen jetzt. Ich hab Angst, dass ich dabei draufgehe, ne? Mhm. Meint er damit? Ja, dass er... Wir sagen so, ne, wir bleiben jetzt hier. Das heißt trotzdem... Okay. Mute. Ja gut, hab ich gesagt. Ja gut, dann... Bis zum nächsten Mal. Ja. Mute.